willkommen zurück zu einer weiteren folge von unserem pokémon schwarz 2 randomizer die letzte folge war ja ein ziemlich ergriff ins klo aber wir haben ja gesagt wir machen den restart das bedeutet dass ich schon zur kanalisation gegangen bin und wir werden die zwei encounter restarten also halt die encounter restarten also schon mal ein starrer lily ich wollte es auch star nennen in der letzten folge hatte ich glaube ich auch ein starrer lily erhalten so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 AnIgnivor Mittlerweile klappt es, das ist das was ich letzte Folge angedeutet habe, ich habe alles auf roten Bereich gebracht, aber es hat nichts gebracht. Untertitelung des ZDF, 2020 Naya 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 Naya, wie gesagt, wir haben jetzt die Encounter restarted, aus der letzten Folge, nicht schlimm. Und ab hier werden wir auch weitermachen, ab jetzt können wir sagen, dass wir richtig loslegen. Ich muss sie weg. 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 Ich möchte die Pokémons jetzt noch ein wenig trainieren. Mal einmal aufs Moocset gucken. Ich muss sie weg. Ich muss sie weg. Hier unten gibt es noch Trainer. Die werde ich jetzt erstmal schnell versuchen zu besiegen. Ich muss sie weg. Musik Zum Putzen braucht man mehr Energie als man denkt. Putzen ist mein Training. Okay. Oho! Schatz, 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 schatz. Schatz, schatz. Oho! Scheiß, schatz, schatz. Schatz, schatz, schatz. Schatz, schatz. Das war's für heute. Ich kotze. Das war's für heute. Das war's für heute. Er lässt meinen Star nicht abhauen. Diese Frage wollte ich noch loswerden, bevor ich dich zum Kampf herausfordere. Ach, leck mich. Das war's für heute. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Leute, ich hab den einen Teil gerade eben abgebrochen gehabt. Genau, ich zeig euch, was passiert ist. Und zwar hab ich ein bisschen trainiert, da ich dachte, okay, wenn ich ein Training aufnehme, wird's langweilig. Und zwar hat Star ist geschafft, Luca zu besiegen. Frego hat mit zwei KP überlebt gehabt und ja, also ich werd noch ein wenig trainieren. Beziehungsweise mach ich noch den einen Encounter oben nach und dann werd ich trainieren und dann werden wir auch den Arena-Teil herausfordern. Weil ich möchte die eine Folge nicht lösen, weil da halt Story-Inhalte mit drin sind, weil sonst wäre das mein Plan gewesen, dass ich halt den Teil neu aufnehme. Aber... Aber... Einweil, Lord. Einweil, Lord. Oh, hör auf damit. Einweil. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So war das eigentlich nicht geplant. Nee, den hebe ich mir auf. Also ich werde hier in Stratos City die ganzen Kämpfe machen. Ich denke, wir können hier als erstes einen Cut einlegen, weil ich wäre nur noch zum Pokémon Center gegangen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne eure Meinung und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.